Leute, wir haben es geschafft, Tag 84, Masse Commander, ich melde mich ein letztes Mal. Ich hoffe, ihr habt euer Ziel erreicht. Macht euch ein Bierchen heute mal auf, besten Weizenbier oder ein Protonisches Getränk überhaupt. Das Masse Team hat, denke ich mal, sein Ziel erreicht. Wir hatten Spaß, ihr habt hoffentlich eure Ziele erreicht. Ich hoffe, ihr habt auch das ein oder andere mitnehmen können, weil mein Ziel war, nicht nur euch reine Trainingsvideos zu zeigen, sondern auch Instruktionen zu geben über das gesamte Leben, was ihr wirklich in eurem eigentlichen Training erreichen könnt. Das heißt, wir haben Ernährungsgrundlagen gehabt, wir haben Trainingstipps gehabt, wir haben Regulationsfragen geklärt, also wirklich eine komplette Bandbreite überhaupt. Jungs, es hat euch Spaß gemacht, hoffentlich. Das war super. Wir kommen aber alle zusammen. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Wir möchten uns bedanken bei ShadeQ. Besucht auf jeden Fall mal und wir hoffen, dass so ein Programm wieder entsteht. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017